So Leute, wieder da. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal besser läuft. Also ich hoffe, wenn es wieder Probleme kommen sollte, dann ... ja ... Dann ... lasse ich das für heute. Macht dann keinen Sinn. 84 ... Na, ihr könnt alles bewerten. Ja ... äh ... 82 ... 92 ... Da komm ... Scheiß drauf ... Äh ... 91 ... 88 ... So, dann noch mal da ... Dann da ... Dann ... da ... Und da ... Haben sie das auch genommen? Ja ... Schön, 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 schön ... Schön, 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 schön ... Ja ... Ja ... So ... Jut ... Ähm ... Jut ... Ähm ... Ähm ... Dann machen wir ... Mars ... Ja ... Ja ... Ja ... ... Wunsch ... Wunschkonzert ... Wunschkonzert ... Wunsch ... Die ... ... ... ... Super 3 Mehr oder Gegner Nehmen wir das So, dann noch mal hier noch Kohle 600 Du hast mich enttäuscht 1000 Punkte Hoffentlich hast du alles Ja, ich habe alles Danke für So Haben wir hier was Neues? Na ja, was die eigentlich genau bringen hab ich schon noch keine Ahnung Na ja Wurde schon sein Grund haben, denke ich mal So Wie viele Punkte haben wir denn? 7000 Ist doch schön Ist doch schön Ich hab Hausgegenstände Jut Dann Ab zum Mars Mars Da 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 So Nein So was haben wir denn THM Hat man은 The only level 16 Isному He ч He Mit WHY enroll das war aber noch mal nun mal nur noch mal alles noch mal noch mal noch mal da So wieder das Skype. Ich weiß, wie wir das Auge des Torlords aufladen können. Die Kabale haben in ihrer Kriegsbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. In dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Also bist du hoffentlich bereit für einen Krieg. Nö. Nein. Ich bin mal gespannt, was danach kommt. Da wären wir. Kämpfen wir uns in die Kriegsbasis. Okay. Äh, ja. Ich denke mal, ich bin jetzt richtig über. Ja. Ich bin richtig schießend. Das ist doch, dass du dich nicht schießen kannst. Hm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ohi ohi ohi! Da hat sich schon 50 geschossen hier! Geht ja gar nicht! Gehen wir durch den Bonker! Au! Dann muss mal den hier loswerden! Und den nächsten Anglagerin bringen! Ah, was machen wir denn? Lauf nicht weg! Braucht sich doch! Ja, komm runter! Komm zu mir! Ja, soll ich? So Boom, boom, boom So muss ich nicht wegwerfen, oder was? Boom! Schicka boom! Ich muss doch da lang So Na, bis jetzt läuft's! Gut! Schön! Hey! Hunger! Ja! 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 Mit einem Minigun! Aha! Hat den Ruhr! So! Ja! 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 Gehen wir weiter. Ich scanne nach einem guten Übersichtspunkt. Ähm, ich merke gerade, ach so kurz sagen, ein Munitionsarm oder was? Komm her, wo bist du? Wo? Schnucki! Komm her. Komm her. Hallo! 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 Komm her. Ending up. Kann ich sein. Ich baue wieder Munition. Ich baue jetzt zu uns auch mal. Das ist immer lustig. immer schön in den Kopf da 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 und was Neues freigeschaltet warum lassen die Kette immer die Zins fahren hey Leute die Pentium ich muss halt mit der Waffe weiter schießen ihr wollt es halt nicht anders, dann kann ich auch nicht sendern Pech gehabt Leute so weiter gehts das ist nicht so gut, nachladen das ist auch weg nachladen das ist schwein, dass ich nachladen muss voll auf die 12 vielleicht ja, nein Dankeschön, wenn wir hier mal die Zimmer angefangen haben ach, da kommt sie schon nix und nicht gelieb runter lass dich wieder ich bin ja auch richtig ich bin richtig da 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 so ein Pfandarm so bäh kommt eine Hand raus dieser Beobachtungsturm da vorne von dort können wir die Säule sicher lokalisieren alles klar dann gehen wir halt da hin da sind wieder Feinde da sind auch Feinde das ist das Nein, danke. Nein, 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 ich will noch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Na ja, er kommt doch von unten. Oh, ein Gelber. Wir versuchen es bei dem Terminal. Ja, machen wir. Keine Hektik, meine Damen und Herren, keine Hektik. Wo ist sie? Ich hab's. Sie ist hinter einer weiteren Verteidigungslinie. Wenn Sie nicht schon wussten, dass wir kommen, wissen Sie es jetzt. Toll, hast du ja prima gemacht. Das Dich ist echt verlass. Ich kann ja ein bisschen unentdeckt reingehen. Vielen Dank.